was hatten wir noch? Faulheit ist immer ein ziemlich groß weit verbreitetes Klischee mein Mexikaner sollen Franzosen nicht auch faul sein oder sollen die nur Frösche fressen ist aber auch ziemlich gut ich hab mal selbst Frosch gegessen und muss sagen ja gut ist jetzt nicht so dass man sich da reinlegen kann ist aber auch nicht so dass es widerlich war gut es es war eigenartig zu essen weil du hast ja so einen Frosch-Schenkel ja weißt du ich hab eigentlich eher damit rumgespielt also so weißt du zwei Frosch-Schenkel nehmen und tanzen und sowas aber ja gut ein bisschen abgeknabbert da die Oberschenkel und sowas ja gut hat ein bisschen nach Fisch geschmeckt aber ansonsten hat es eigentlich nach nichts geschmeckt ich weiß nicht ich kann es nicht behaupten dass das so super war Schnecken will ich gar nicht essen das ist doch ein bisschen zu eklig ich weiß nicht ob irgendjemand also wenn ich da immer sehe wenn Lidl oder Aldi oder Edeka oder was weiß ich oder Rewe oder was weiß ich was ist noch so viel in diese Angebote haben wir diesen Schnecken diese tiefgefrorenen Schnecken das sieht immer so eklig aus ich weiß nicht dass es immer so eklig war ich weiß nicht wer sich das drücke mal E für Inventar ich hab zu viel Stardew Valley gespielt so NC Strukturen ich kann eine genau craften eine eine ne ich sag's nochmal eine ich kann's nochmal sagen eine ne ich hab ein bisschen auch in meiner Krankheitsphase Stardew Valley ein bisschen gezockt scheiße wir hätten das Ding reparieren müssen verdammt warum hat niemand dran gedacht ich hab da bestimmt dran gedacht nur ich hab da nicht dran gedacht so mach mal Platz da warum ich komme ich komme durch ah ok so genau diese Schnecken die es bei bei Lidl gibt ich weiß nicht ich weiß nicht wer sie ich weiß auch nicht mal wie ich die zubereiten sollte kocht man die oder 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 höhle ich die aus also mach ich deren Panzer kaputt beziehungsweise deren Schneckenhaus mach ich das kaputt oder oder löffel ich die aus oder ich weiß gar nicht wie ich sowas essen soll ich mein ich bin ja bin ja doch recht offen für Essen weil Essen kann man immer Essen geht alles ich bin so na gut so extrem wie Bear Grylls der dann einfach in so eine lebende Made beißt und alles spritzt auf der anderen Seite raus haha na da kann ich mich doch ganz genau erinnern als ich das gesehen hab dachte ich mir auch ok das ist doch echt widerlich ne aber ich glaub die kocht man oder bleibste mal stehen ja brauchst nicht hören ist in Ordnung typisch Frauen gut Axt reparieren haben wir ja zum Glück alles hier haben wir doch ne nö Heid haben wir haben wir ah da will es jetzt stehen ok haben wir denn hahaha haben zwölf zwölf Heid kommen wir auch schon nicht mehr weiter dann müssen wir eigentlich auch bald auf Heidjagd wieder gehen aber Heidjagd ist immer so so richtig muss ich auch reparieren hallo würde es gerne ich kann das jetzt nicht reparieren weil es nicht an einer ach komm Alter wirklich ach komm Alter wirklich ach diese blöde advanced Missy hier da kann ich nie mal mit meinen Sachen dran reparieren das ist voll das blöde Teil hätte ich mal nicht die andere weg weggeknallt ich hab voll weggeknallt ok was brauchen wir Heidjagd natürlich brauchen wir Heidjagd Stone Metal ja das ist aber doch ein bisschen ja weiß ich nicht mit dieser ja weiß ich nicht gut dann müssen wir erstmal eine ganz kurze Heidjagd machen dann schnappen wir uns schnell mal Diablo hey Jallopieren los und dann müsste das auch alles hinhauen schnief schnief ich hoffe das hört man nicht das wäre mir ein bisschen unangenehm ne das hier die ganze Zeit so ach ekelhaft fast wie ein Italiener wo wir wieder bei dem Thema wären schmierige Italiener ach ja heute kriegt jeder ich bin krank ich darf das also in jeglicher Form außer körperlich körperlich bin ich gesund und erstmal was trinken so da bin ich wieder sorry aber achso äh ok ich hoffe wir finden schnell irgendwie ich glaube wir brauchen noch ein zwei andere Dinos töten vielleicht ein paar Dinos oder ich weiß nicht schade dass wir immer noch diese Staubsauger-Roporter hier bei uns haben Roporter schnief ja mal gucken so ja ansonsten was gibt es denn noch müderliches zu essen Muscheln ich hasse Muscheln boah Muscheln kann man auch überhaupt nicht essen ja ich finde sie auch so eklig Austern oder warum töd ich den nicht ich bin einfach zu freundlich zu anderen zu diesen Dinger hier Dodo ist bestimmt auch lecker tschüss ich hab noch nicht mal eine Axt ich hab noch nicht mal irgendwas bei um das abzubauen ja Alter ich bin vorbereitet wie ein ich ich weiß nicht wie 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 ich vorbereitet bin wow 33 Leder okay okay ja es war halt schon länger her wo ich das letzte Mal aufgenommen hab man merkt es vielleicht ich hab keinerlei Erinnerung an irgendetwas weiß das dass wir hier Arc spielen das das kriegt noch hin gerade so so widerliches Essen Sushi 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 ist auch oh roher Fisch oh wer isst denn sowas man isst kein rohes Fleisch und Fisch ist auch Fleisch ich weiß nicht warum man mal zwischen Fisch und Fleisch unterscheidet Fisch ist auch Fleisch oder nicht es isst doch auch Fleisch möchten sie Fisch oder möchten sie Fleisch hä hä woraus besteht denn der Fisch hä aus Schuppen willst du mir die Schuppen vom Fisch geben oder die Gräten ich hasse das Gräten ich esse auch nicht gerne Fisch ich bin nicht so ein Fisch Fan kommt zwar aus dem hohen Norden aber aus dem hohen Norden das hört sich sehr skandisch an aber aus dem hohen Norden Deutschlands also quasi Süd-Dänemark fast also Schleswig-Holstein aber ich war noch nie ein wirklicher Fisch Fan so eines Missy dafür brauchen wir Metal Holz Holz wieder zurück Holz haben wir Stein brauchen wir noch Stone dann können wir gleich unseren ganzen Stone den wir hier irgendwo haben Stone ah da können wir den gleich wieder verschnuffeln für eines Missy hätte wenigstens auch ein normales Missy haben und das unerfindlichen Grund die die andere Missy das nicht kann ich bin ganz enttäuscht von einer anderen Missy von Will's Missy so die ja oben hinsetzen ist scheiße hier unten ist aber kein Platz mehr okay wir müssen echt mal unser Haus ausbauen das ist ja unfassbar die setze ich jetzt hier oben hin in die Küche jede gute Küche braucht eine Werkbank so ob die hier oben stehen bleibt kann ich noch nicht sagen aber das erste kommt ja erstmal hier hin so dann machen wir hier was haben wir denn hier eigentlich alles da war eigentlich schon ein Schwert nö ne enttäuschend aha 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 müssten wir auch nochmal machen müssten wir auch nochmal ausprobieren unbedingt ah Beyond the Souls das Spiel ja gerade Heavy Rain ist ja von dem selben Macher Quantum irgendwie hab ich vergessen einfach geil das Spiel würde ich am liebsten durchsuchten aber habe letztens aufgenommen während ich krank war und naja es ist halt irgendwann widerlich wenn er rotzt dir über den Mund läuft dann möchte man auch nicht mehr aufnehmen aha 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 das ist so ein widerlicher Typ ey ja ich weiß aha 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 okay ja Axt ist repariert Holz nehmen wir mit so legen wir jetzt noch schnell mal den alten Metallklumpen den wir haben ab hier rein sehr schön extra fein und dann gehen wir wieder auf unser Zimtsternchen und ähm leveln die erstmal hier du kriegst Gewicht damit du mein Packesel wirst mein neuer irgendwas muss ich dir ja gebrauchen na gut ich hab dich jetzt ja schon misshandeln lassen und jetzt musst du halt auch noch arbeiten ist ja fast wie in den Emirates boah Klischee wobei äh bestätigt das Klischee glaube ich weil man das auch nicht genau weiß man weiß nie wie das so wirklich abgeht ob das wirklich ja jeder so macht es gibt bestimmt auch ja normal möchte ich das jetzt nicht nennen aber Leute die das anders handhaben aber wir waren bei gammeligen Essen also gammeligen Essen nicht aber bei ekligen Essen ich hatte nämlich einmal wann stimmt vielleicht war es auch gut vielleicht war es ein falscher Zeitpunkt um äh Sushi zu probieren aber in einem ägyptischen vier Sterne Hotel habe ich Sushi gegessen da gab es nämlich Sushi gut vielleicht könnt ihr das nicht so gut wie ein Sushianer ich nenne es jetzt einfach mal Sushianer warum renne ich nicht warum renne ich warum äh renn mal in diese Richtung ich habe das Gefühl dass in der Richtung vielleicht ein bisschen mehr Stein liegt ne ich vielleicht hätte ich das beim Sushianer also bei so einem richtigen Sushi Typen mal essen sollen ja aber gut weißt du sieht so cool aus das war das das lag dann nur mal offen rum und dann dachte ich mir ja gut es liegt da rum wenn es da rum liegt kann ich es auch essen und naja ich habe es bereut das war nämlich sehr unangenehm am nächsten Tag hatte ich noch eine Fischsuppe weil die war nicht beschriftet und ich dachte mir hey ich habe Hunger und hey die esse ich jetzt einfach mal keine Ahnung war so ein Buffet Ding und naja da ist man ja man muss ja man muss ja kulturell offen sein im Ausland alles essen was man findet das zeigt von äh kultureller Offenheit der Typ frisst alles der ist echt kultiviert und deswegen habe ich das einfach einfach ja ich hatte auch Hunger und naja und das war ein bisschen das war das ekelhafteste und wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere erinnere ich mich an den Geschmack wie diese Suppe schmeckte und ich meine das schon echt bitter und wenn mir dann schon wieder schlecht wird das ist wie bei Zimt ich hasse Zimt wenn ich nur an den Gedenken wenn ich das nur rieche wird mir schlecht boah also ne Zimtstern mag ich überhaupt nicht schmecken einfach nicht eklig ekliges Zeug weiß ich nicht wie man Zimt essen kann könnte ich aber dieser Zimt Challenge mitmachen die gut ich glaube die ist jetzt auch schon wieder out weißt du da kriegst du auch kriegst du auch nicht mehr für kriegst du auch keinen Preis mehr für wo man da einen Löffel war das ein Löffel Zimt den man essen musste oder so ich weiß das gar nicht mehr so genau das ist ja genauso wie diese äh Wasserbacke Challenge da Eisbacke Challenge und sowas ja hat sich eine schöne Idee war ja auch super hat ja auch viel gebracht die Eisbacke Challenge aber naja irgendwann ist es halt nur noch so geworden wenn du das nicht machst spendierst musst du mir einen Döner schenken und sowas ja weißt du da ist dann irgendwann der Sinn dahinter auch ein bisschen verloren gegangen hab ich auch nicht mitgemacht und wenn das dann auch noch was ich ja auch immer super fand ist wenn das dann hieß ja denk doch mal an die Umwelt ihr verschwendet Wasser was ich mein denn ist ständig schon wirklich irgendwas ganz schief wenn das denn bei einer Eisbacke Challenge heißt wenn ich da so ein 5 Liter Wasser kann ich es nicht abbauen ist das kein Stein das ist kein Stein ne wenn es dann heißt ich verschwendet Wasser dann ist natürlich ja weiß ich nicht hab ich meinen meinen Sack dabei oder ist der ne den hab ich natürlich nicht dabei warum auch da müsste ich ja ne das wär ja das wär ja ne da muss ich jetzt mal hier ganz kurz einen Rüffel so Rüffel mal schneller hier Rüffel 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 oh sie planscht ist das süß in ihrem neuen Bikini in rosa oh Dodo 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 weiß nicht warum einfach weißt du das war das war so so ein so ein Schreihals der danach schreit dass man Wasser verschwendet bei einer Eisbacke Challenge du kannst doch nicht einfach Zimt verschwenden indem du ein Löffel Zimt isst und dann wieder zur Hälfte ausgerotzt und aus sonstigen ich bin schon voll ne und aus sonstigen Poren die er raus sprießt oh ich bin voll aber hab nicht genügend Stein ach warte mal sie hat doch hier bestimmt Stein oder ja hat sie hat sie gut zwei Stück wir sind fast reich in diesem in diesem sinne ja das ist schon echt teuer diese ganze stein kram das war mir schon aufgefallen dass ich den leuchtturm mit meinen anderen dingen gebaut habe stein ist ein teures gut schildkröte der dodo hat angst vor uns süß oder da kann ich nicht so rum du verschwendest wasser was sollen die kinder in afrika denken wenn du hier mit dem wasser so rum spritzen kann ja nicht sein was fällt uns eigentlich ein zu duschen wir können doch nicht so viel wasser verschwenden kinder in afrika duschen sich auch nicht wenn sie ihr wasser nicht verschwenden wollen kann man nicht sein das finde ich aber furchtbar genauso wie das immer heißen oder frauenquote warum nicht darauf bewerben für uns positionen zu gehen werden sollen sie sind den zwang dazu dass wir das dass man das machen muss verstehe ich einfach nicht